Hi! Hallo! Und Pusch! Und Hallo von Katze! Wir sind bei Türchen Nummer 5. Jawoll! Und die packen wir jetzt mal aus. So machen wir das. Der Kater putzt den Tisch. Fingst du an? Ich fang an. So, dann eröffnen wir mal kurz wieder mit. Wer möchte, inklusive Kater, kann man kurz hier ein paar Sekunden versuchen, die passende Zahl zu finden. Und dann können wir gucken. Okay. Gefunden? Ich auch. Okay. Das war ja einfach. Wir schauen mal hinein. Was gibt es heute Schönes? Oh! Ich glaube eine Flagge. Eine Fahne. Ja. Das ist wie Würfelloch. Goldrot. Goldrot könnte Würfelloch sein, ja. Ja. Heute möchte Katze... Achso, ich stehe wieder auf, ja. Heute möchte anscheinend auch Katze wieder helfen beim Bauen. Das Praktische ist, dass man natürlich jetzt hier an dieses Bildchen orientiert so ein bisschen schnell gucken kann. Ups. Ach, schau her. Wie praktisch. Und dann ist mit ganz wenigen Handgriffen tatsächlich eine schöne Flagge gebaut. Oh, das ist wirklich das Gryffindor-Schema, oder? Ja. Wahrscheinlich gibt es alle vier Häuser da drin. Ja. So. Und man sieht da, mit ganz wenig Arbeit, Harukata, hat man eine schöne Flagge gebaut. Ja. Hier gibt es hier mein Diorama und du kannst loslegen. Ich muss ja nicht suchen. Das stimmt. Und mal gucken, ob ich wieder eine Ballversion bekomme. Ne, bekomme ich nicht. Die kommt mit Gornadel. Obwohl das ist auch eine Ballversion. Ich finde der Kater auch gut. Hier, ich glaube, so läufst du nicht normalerweise rum mit so einer Feder am Hut. Ne, eher nicht. Wie cool ist das denn? Na ja, ich gehe jetzt mal nach Tarsch. Ich zeig sie mal in die Kamera. Das ist die McGonagall. Und das ist der Kater. Achso, aus dem sieht man auf jeden Fall. Das sollte ich mir vielleicht in den nächsten Videos auch angewöhnen, da vorne die Sachen einmal zu helfen. Ja, das mache ich ja auch nicht immer. Ja. So. Das war ein kurzes Video. Genau. Der Kater hat geholfen. Und. Hilft noch immer. Danke fürs Zuschauen. Jawohl. Dann bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Wer weiß, wie lange. Ja. Da müssen wir bestimmt mehr basteln. Ja. Dann tschau. Tschüss.